Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Perl TV Ja, schön, dass Sie dabei sind bei unserem heutigen Online-Bestseller des Tages. Wir schauen tagesaktuell auf Perl.de und auch auf Amazon, also unsere Online-Schienen. Was ist denn das gerade, das meistbestellte Produkt? Und heute kam etwas für Ihren Garten, für Ihren Teich, für Ihren Pool. Und da wir hier im Studio keinen Teich und keinen Pool haben, haben wir es einfach mit einem Aquarium geholfen, um Ihnen das mal zu zeigen. Und hier sehen Sie, hier schwimmt es. Es ist ein Teich- oder Pool-Thermometer. Das kann ganz, ganz wichtig sein, wenn man im Teich Goldfischer hat oder wenn man natürlich den Pool auf die richtige Wärme halten will. Freischwimmend. Und ich hole Ihnen jetzt gerade mal ganz kurz raus, um Ihnen das Thermometer zu zeigen. Sie sehen, hier unten ist auch noch eine kleine Schnur dran. Wenn Sie im Teich sichern wollen, dass es an einer Stelle bleibt, einfach ein kleines Steinchen als Anker unten ran, dann verändert sich es nicht. Und jetzt schauen wir auf die Temperatur. Wassertemperatur 19,8 Grad. Und das sehen wir jetzt auch hier nebendran auf dem Fühler. Und zwar sehen wir, hier habe ich Ihnen hingestellt, unten 19,8 Grad. Und Sie haben die Möglichkeit, aber bis zu drei Fühler anzuschließen. Achtung, jetzt kommt gleich wieder der erste. Und da sehen wir es. 19,9. Klar, ich habe es aus dem Wasser raus. Oben übrigens die ganz normale Temperatur, also Ihre Außentemperatur, auch immer wichtig. Und jetzt müssen Sie dieses Zentralteil natürlich nicht neben den Pool stellen, sondern Sie haben 60 Meter Reichweite. Und das ist toll. Es sieht klasse aus. Wir haben einen Raumthermometer und eben jederzeit die Pooltemperatur oder die Teichtemperatur im Blick. Viele haben auch so einen kleinen Whirlpool draußen, den Sie mal vorheizen. Ich kenne das selber bei mir aus dem Garten. Und dann muss man immer schauen, oh, man muss hinrennen zum Pool. Wie warm ist er jetzt? Wann ist es warm genug? Machen Sie diesen Thermometer, Funkthermometer rein. Und dann können Sie das innen anschauen und sehen, wenn Ihre Lieblingstemperatur erreicht ist. Viele von Ihnen beheizen auch vielleicht den Swimmingpool. Da ist es auch immer wichtig zu wissen. Und immer nur einen Thermometer reinzuhängen und sich dann drüber zu lehnen und rauszuholen, schauen, welche Temperatur. Also ich glaube, das ist die perfekte Lösung zum kleinstmöglichen Preis. Ich weiß, diese wasserdichten Thermometer, die man einfach schwimmen lässt, die kosten auch schon 15 bis 20. Schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis heute. Und das ist eben eine Sensation. Es ist der Sensor, der hier schwimmt, der bei Ihnen zu Hause im Teich, im Whirlpool, im Swimmingpool schwimmt. Und natürlich die feste Station hier, an die Sie bis zu drei dieser Thermometer einstellen können. Also wenn Sie Teich, Whirlpool und Swimmingpool haben, nehmen Sie einfach die drei. Merken Sie sich nur, was eins, zwei, drei ist. Und dann können Sie auch auf Ihrer Station das immer wieder anschauen. Ich finde es klasse. Da sehen Sie, wir haben jetzt kein zweites und kein drittes angeschlossen. Deshalb haben wir da keine Meldung. Für Sie jetzt in diesem Fall nur das erste notwendig. Ich wollte Ihnen nur die Möglichkeit zeigen, dieser drei anzuschließen. Also ich finde das toll, immer bei der richtigen Temperatur eben baden gehen, beziehungsweise den Moment nicht verpassen. Und vor allem auch, wenn Sie einen Teich haben mit Goldfischen, wenn es da mal zu kalt wird, muss man ja auch reagieren. Und das kann man eben mit einem Thermometer. Und da stellt man sich in die Wohnung. 60 Meter Reichweite reicht da aus. Und der Preis ist einfach fantastisch. Das bestellen die Online-Kunden zurzeit am meisten. Und wenn Sie einen Teich oder einen Pool oder einen Whirlpool im Außenbereich draußen haben, dann gehen Sie jetzt bitte ans Telefon. Das ist übrigens bei uns heute die TV-Premiere. Aber Sie haben die Möglichkeit, hier jetzt gleich zuzugreifen. Ja, und ich habe noch nie gesehen, diesen Produkt für mich. Das ist eine super Neuheit. Und heute dieses Produkt, Sie können es für 17,09 Euro kriegen. Das ist wahnsinnig preisig. Sie sehen die Temperatur drinnen. Sie sehen bei drei Pullen oder Teichen alle zusammen gleichfalls. Das ist echt super. Und natürlich sieht es fantastisch aus. Und sehr praktisch. Ich habe nie gesehen. Ich bin echt überrascht. Ich wusste das nicht, dass du das alles checken kannst. So, ich sage Ihnen jetzt noch kurz die Bestellnummer. Das ist die NX-9192 und die 569. Das Ganze wird betrieben mit jeweils zwei AAA-Batterien. Und deshalb haben wir Ihnen noch einen 20er Sparpack. 20 AAA-Batterien für gerade mal 5,69 Euro. Und hier ist die Bestellnummer, die PX-1565 und die 569. Also einfach mit dazu bestellen. Und so sind Sie immer informiert, was im Garten gerade an Wassertemperatur Sache ist. Ich finde es eine tolle Sache. Dann ans Telefon. Viel Spaß.